So hallo Leute, heute gibt es eine neue Folge Rocket League und wie ihr am Titel schon erkannt habt, ihr könnt mir Intros erstellen die ladet ihr dann einfach auf eurem YouTube-Kanal hoch und und er macht direkt mein Tor also einfach dann hochladen, am besten irgendwas wie von den 2 Epic Buddies oder Wayne Payne und dann werde ich mir die demnächst mal angucken und dann werde ich eins von denen dann wahrscheinlich benutzen ach komm schon ich falle da sich nicht um Nice hey das war doch definitiv der erste Ballkontakt aber ich krieg halt ich krieg ihn halt einfach nicht ja in dem Moment werde ich natürlich wieder getauscht was ist das für eine Scheiße Teammates Kommt doch mal nach vorne oh man ich hab schon wieder diese komplett retardeten Teammates und ich fahr an der Decke läuft bei mir mach den doch rein Mann was sind meine Teammates für inkompetente Stücke Stücke Scheiße Mann so Ball du bist mal schnell weg von unserem Tor oder auch nicht Mann Mann ich tue den Scheiß Ball sogar noch weg Mann ey wie kann man wieso habe ich immer so Pech mit den Scheiß Teammates vor allem einer ist wieder AFK ja danke ja ich werde natürlich zerstört warum aktiviere ich die überhaupt Mann ich bin so behindert ja juck den Ball nicht juck den Ball nicht juck den Ball nicht dass ich Stacheln hab juck den halt nicht komm jetzt mach das Tor wenigstens ey die sind nicht grad ernsthaft beide an dem Scheiß Ball vorbeigesprungen ey ist das jetzt grad deren Ernst scheiße so kassierst du alter Mann jetzt muss ich wieder alles alleine machen weil die Teammates so inkompetent sind warm nein alle n- ich habe so viel Lack haben lächerlich einfach nur lächerlich ja gucken muss ich wieder alles allein machen der teammate schreibt dass er der teammate schreibt einfach dass er es tor gemacht hat oder tut zumindest so guck schon wieder was zum fick man ich habe jetzt drei tore hintereinander gemacht man das war sogar ein headrick wow und das war nicht der erste ball kontakt für mich verarschen geht doch wenigstens macht mal der typ ist kann wenigstens ansatzweise was aber der untere kann gar nichts ja er stellt sich halt wirklich dahin dass ich nicht weiterfahren kann was ein anti-made man jetzt habe ich dann wieder zurückgezogen ja jetzt haben wir den gefrüßt kommt schon ich weiß ja jetzt habe ich den nicht getroffen hä lol wie konnte das dann noch mein tor sein alles klar wie kann man so viel pech haben man ja scheiße weg damit guck mal ich mache ich mache wirklich die ganze zeit alles alleine guckt euch das an so lächerlich ohne dass jeder outlaw er war gut letztens ich hoffe dass er jetzt ein bisschen schlechter spielt schnell zum tor rei danke gegner dass du alles allein dass im tor spendiert ist nice kann man machen ich bin weg wenn ich wieder ja dann würde ich sagen lassen auch Mutter euch gefallen hat und schaut mal ob ihr mir irgendwie ein Intro erstellen könnt das wäre sehr nice und dann einfach bei YouTube hochladen als Intro für Ghost Tobi und dann werde ich mir das mal angucken und ciao